Wirds Hellschlüsse stehlen? Müssen wir die am ersten ablenken, wenn wir irgendwie Müll anzünden oder so? Tifonkastenschlüsse? Genau das meinte ich. Erst mal ablenken. Tifonkastenschlüsse liegen. Oh kacke. Ich habe nichts getan. Oh kacke. Ich bin entkommen dort. Ungesehen. Ich habe den Schlüssel nicht. Verdammt. Verdammt. Das hätte besser laufen können. Verdammt. Nein. Wir müssen beinahe kommen. Ich habe den Schlüssel mitnehmen sollen. Ich wollte den... Wenn ich den einfach vor den Augen der... Der Rett weggehe, das hätte mir auch heimlich gelingen können. Aber dann wäre es missgelaufen. Das ist... Hm. Können wir uns gemeinsam entkommen? Ich habe den Augen gekämpft. Ich hab den. Oh, sie sind weg, aber sie werden wieder zurück, und mit Freunden. Glücklich, dass wir Interceptet haben, ihre Kons. Oh, die sind nicht weg. Oh ja. Wait, how do you know my name? Wait, did my father send you? Ha, definitely not. We'll explain later. Schnell, schnell zünder. Ahem. You, you risk your life for me. Yeah, maybe. Zoe, we have to go. I hope I get to see you again. I hope I get to see you again. I hope I get to see you again. And there is Zoe again. No, that's not optimal. That's a little bit. It's a little bit. I wanted to... I wanted to let the police first off. There was nothing. We just had to get in the store. We had to get in the store. We had to get in the store. Free to kill the radio stuff. Cool. Cool song. I'm just thinking about it. Should I do this again? Or do I do this again? What? What rick is going on? What's happening? What's happening? What makes me decide? What's happening? What's happening? dem politischen Weg raus. Gerade hier bei diesem Event wäre eine Rebellion spaßig, was zu probieren, aber mit ein paar Sätze. Kann ich euch helfen? Kann ich euch helfen? Mitmachen. Ich bin offen für die Kandidatin. Okay. Das ist doch das Auto von... Ah, da ist die Sonja. Äh, nein. Ich werde es nicht filmen. Natürlich wir. Es ist dein glücklicher Tag. Sonja hat einen Job für dich. Dann kommen wir mit rein. Perfekt. Dann bist du mein neue Kameraoperator. Jetzt geh nach der Kamera. Zeit, um etwas verdammte Magik zu machen. Jetzt filmen wir die Timex-Sache. Um, Cuddlemuffin? Nothin' zu es. Wir haben einen Moment, wenn du, wie, zu reden möchtest. Ich werde meine take auf etwas wichtiges. Wie glaubst du, wie sie mich fühlen? Sie wollen ein System, das ist gut für mich. Ich liebe sie überhaupt nicht. Um... 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 Das Independent hat keine Chance in hell zu gewinnen. Okay, los geht's. Wir starten mit der Intro. Oh, das ist gut. Mit dem billboarden hinter mir? Wie schau ich? Oh, warte. Ich weiß. Oh, was sind das? Amazing. Just frame me with Tyrak's billboard behind. Yeah, just like that. 3, 2, 1. Sonja hier, reporting live from the sight of Petra's newest oil pump. Where the Minister of Oil is moments away from a speech. The new pump, a gift from President Tyrak. Wir machen nur ein paar Kameraschwenks. Das ist aber hier. Wir werden ein paar tolle Kameraschwenks machen und hier das ist älter. Glückstern. Aha. Versauen wir das. Hallo, guten Bürger. Wir sind hier für die Öffentlichung dieses Pump. Nicht vergessen, dass wir ein paar Klopfen machen. Und wie ein schönes und starkes Pump es ist. Wie unsere Nation, wie unser Präsident. Speaking of our President, lasst uns ihn für unsere Apprecie. Was machst du? Flores. Flores glaubt, dass wir die Fossilfäulen abgeben sollten und deine Arbeit wegnehmen. Was machst du? Die arbeitenden Leute von Petria. Denken an Lupe Flores. Warum werde ich eingesperrt? Du, bist nicht mit meiner Karriere, Dumplin. Es gab viel Gespräche über die Brigade. Aber bin ich so worry om? Nein. Ich lebe sogar meine junge Daughter auf einer Straße gehen. Präsident Tyrak, wird unsere Nation sicher bleibt. Phrase. Präsident Tyrak. Das ist das so, was du wählen? Tarek ist ein Lüge! Die Teen sind immer in die Tatsache. Tarek ist ein Faschist-Diktator! Verte für Flores! Und schützen unsere Lande! Los! Jetzt! Ich bin hier, Sonja. Oh, shut up! Stop! Help me! Oh, nein, wir definitiv nicht machen wie so. Okay. Okay. Well, es ist jetzt Zeit für mich in meine Limo. Wie alle guten Journalisten, die mit der Geschichte. Look, um es zu sagen zu sagen, du hast mit der Intro gefallen. Aber ich hatte Hoffnung. Ich war damals eine kleine Junge von mir selbst. Und dann hast du gefilmt mit dem Minister, auch. Aber es könnte gewesen sein, glaube ich. Hier. Ja. Kauf dir selbst eine neue... ...eine alles. Well, ich glaube, es ist Zeit, zu gehen. Sweetcakes. Und du! Lens roll! Das haben wir schön manipuliert. Das ist jetzt auch eine Rede. Ja. Ladies and gentlemen. Und wir brauchen was zu essen. Das hätten wir vorher machen sollen. Gibt es hier auch drustellen? Auch schade. 근데... das machen wir jetzt fuß weiterlaufen busfahrten bisschen geld haben wir das taxi holen bus kostet 7 wir laufen ein bisschen geld sparen kann nicht schaden weit kommen wir so natürlich nicht wo die energie sport das aber auch nicht schiefs in die tappel Es ist für ein Trin Ich bin die Schilds. Na lösen, kann ich helfen? Ich wollte, ich wollte, ich wollte den, in diesem mal den, den politischen machen, ah, jetzt hätten wir die Möglichkeit. Oh kacke, das wird die falsche Entscheidung. Wir müssen wirklich kümmern. Embrace deine Kriminelle, Kind. Jetzt schluchte deine Krab. Hier kommt Mitch. Okay, okay. From what I can tell, das Platz ist leer. Weil dieses Platz vielleicht hat ein paar wichtige Informationen. Es ist ein Psycho nach Sonja, und wir müssen sie schützen. Hector. Ja, die Sonja ist in danger. Du kannst das sagen. Ja. Hehehehe. Hehehehe. Das ist genau der richtige Moment dafür. Unfortunately, due to our Priors, this is an impossibility. Ja, if you got a criminal record, you can't vote, kid. Deswegen werden wir jetzt hier nicht einbrechen. Ja, aber ich will keine Vorstrafen bekommen. Deswegen... Ja, wenn ich mit euch einbrechen darf ich nicht gehen. Ich darf nichts anderes machen. Ach, was soll's. Lassen wir uns nicht erfrischen. Geh zum Ende und benutze den Lockpick. Das wurde benötigt. Jetzt, park in front der Kameraden und bereitst du dich! auch. wir kommen nicht wirklich hin. Stan, sprach haben wir es so. Nein. Man muss auf Ihre Gefühle sommes arbeiten. Kinder, kann man sehen uns auf der Kameraden? Ja. Okay. In den Camps. Ich bin in Bezug. Im Beruhen des Managers. Sieht so nicht aus. Sieht so schon! Oh, oh no! Something's beeping! Okay. It's an alarm! Kid, stop the alarm! Make it stop! Cut the alarm, kid! What do we do, Stan? I don't know, but I can't go back to prison! Thanks, little lady. Why are you thanking her? She forgot to cut it! Stan? She's not an expert criminal like us. Mitch, help me with the door! Expert criminal. Pick it up! And that's cool! Hello, this is security. We're responding to an alert. Everything all right? Mitch! Can't you pick that lock any faster? What triggered the alarm? You'll want to close and lock all windows in the future, ma'am. Anyway, thank you for your explanation. Just a second, ma'am. I'll also need Happy Taxi's security password. It's just protocol. What's happening, kid? I'm sorry. Did you say something? What do you expect us to do? We're robbers, not wizards! Oh-oh. No, I can't. Yeah, whatever, kid. I'm waiting, ma'am. What is the password? I'll get it quickly. Hold on. There's a password here. It says A45 D2R CPP12. I don't have to notice. A45. I don't have to notice. Thank you for your time and take care. You got it, Stan? Oh, really? What took you so long? You know, I don't like to rush things. This is a break-in, Mitch! Look, the manager's office! Oh, man, the door is a code. Any idea? Uh, try 1234! Ha, ha, ha! No. 4-3-2-1? Nope. Well, I'm fresh out of ideas! Kids, you're in the security room! Code must be in there somewhere! Find it! A code for the... Try 9-9-9-9-9! 2-2-3-7! That's not it! You haven't even tried it! It's 9-4 time! No one had to do that as well! 2-2-3-7! Still not it! Uh... Security, password, yeah... Haha! It worked! A man! Nein, absolut nicht. Oh oh, da kommt gleich der Harrods rein. Oh oh, Security. I'm closing the door. Fuck. Open this door immediately. Listen, you don't want any trouble. Give me the manager's office code. Don't give him the code kid. We're close to finding where this creep is going to attack. The manager, don't give him the code to make sure to protect yourself. Fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Willst du einen Spieler so wie das, oder? Ich habe ihn, Stan. Er wird ihn an der Börse attackieren. An der Top der Höhle. Das wird gut sein, den nicht zu klettern. Da habe ich einen Stuhl, da habe ich einen Stuhl, da habe ich einen Stuhl. Klettern. Raus hier. Na toll, jetzt hauen die ohne uns ab. Ihr seid hilfreich. Einfach mal mit dem Auto. Dafür mal den Schlüssel. Ah, da kürzen sich vielleicht durch Wege. Ja. Die Kollegen vor Zeit. Oh je. Nachrichten dann machen. Hm. Und als Erinnerung, bitte nicht zuhören, um Hitchhiker zu holen. Jungen oder älter. Sie könnten gefährlich sein. Und das ist heute Sonja Show. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja. Mh. Mh. Weiterfahren. Schauen wir nach draußen. Schön sieht es aus. Bisschen Geld. Das ist doch das Auto, was wir... Ist das nicht Auto, das war das, was wir bei dem... Deswegen kreuzen sich die... Ah, okay, ich weiß, was jetzt passiert. Jetzt müssten wir gleich die Polizisten treffen. Oder nicht. Ja, oder nicht. Ach du Scheiße. Um. All my cigarettes are wet. Hm. 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 Vielleicht hab ich keiner mit dabei. Hm. 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 Ja, die haben wir gelaufen. 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 Ja, die sind mir gelaufen. Sie sind nahe. Sie sind zu nahe. Ich denke, sie sind Fans von ihr. Schwierig. Hey, etwas ist falsch mit deinen Prenn. Hm hm hm. Ich werde das nicht machen. Du wirst wissen warum? Das ist warum. Du hast den falschen Mann zu holen. Du wirst wissen, dass... Jetzt versuchen. Ich habe einen wirklich schlechten Tag gehabt. Und könnte ein paar Teufeln nutzen. Also das ist was du machen. Teufel mich auf. Ich möchte nur ein kleines Chat haben. Also geh auf. Chat. Du kannst sagen, dass ich nicht ein Fan bin. Du hast mich bereits angefangen. Ich glaube, es ist meine Hand zu fragen. Ich werde dir etwas anderes sagen. Ich habe mir gedacht, dass du zu töten. Du kannst mir die richtige Antworten geben. Sag mir. Du hörst oft auf die Nachrichten? Du musst nicht. Die Nachrichten sind nichts, sondern lief. Das ist eine Verbrechung. Sag mir etwas anderes. Und das ist wichtig. Was denkst du über Sonja Sanchez? Können sie vor nicht aufstehen? Sie ist denn mit der Person? Sonja Sanchez. Ähm. Ist ja schon ein bisschen. Ist schon ziemlich widerlich. Ist schon ziemlich widerlich. Oh, fuck. Oh, fuck. I'm not looking for your apology. All I want is revenge for what she's done. Because of Sonya, my sweet daughter is dead. She'll pay for that. My dad adds up. I think you know that already. Just not the when and where like those two freaks after me Oh Oh it doesn't hold Not one, nor to those brigades They'll pay two Stop the car I've decided what I'm gonna do to you I'm going to Let you live But you are going to give me your car I can drop you off somewhere if you'd like It is raining Fine Then get out I'm happy if I don't have to sit longer with him I'm happy if I don't have to sit longer with him I'm happy if I don't have to sit longer with him I'm happy if I don't have to sit longer with him Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020